Wo ist denn das Ventil? Aha. Super, zurück. Haha. Komm Junge. Okay, das drückt Sprint raus. Fühlt ihn an. Ja, und jetzt fallen wir runter. Er lebt noch. Nein, nein, nein. Du hast ihn beschädigt. Du hast Teile des Schildes weggesprengt und jetzt schieß mit deinem Stab. Ja, wohin? Mist, von dir aus drück ich das Ziel nicht. Ich muss höher rauf. Typ, bitte hilf mir mal. Okay, ja, ja. Ja, da ist eine Art hydraulisches Plattformsystem. Jawohl. Ja, super. Komm. Mach hier. Bitte hilf mir. Oh, oh. Ja. Das gibt's doch nicht, Leute. Schäde runter, 50%. Ja, und jetzt. Oh, oh. Den hab ich wohl leicht angelernt. Heiliger Scheiße. Ja, aber das zieht aber nicht. Hau ab, Bruder. Komm runter. Und jetzt. Das ist so ein blöder CH-Knochen. Das ist ja wirklich episch. Fuck. Wo müssen wir jetzt wieder hin? Ah. Komm. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich weiß nicht, wo die die ganze Zeit herkommen. Oh. Die Schöne sei voll von 70%! Du bist super! Komm, D-Macki! Okay, gib's ihm nochmal mit dem Brennstoff! Was denn? Kann ja nicht sein, oder? Was denn? Jippi, ich versteh dich so schwer! Oh. Ja klar. Wo kommen wir da rauf, Leute? Wo waren da Aufgaben, Leute? Das ist wieder ein ganz anderer Weg, ne? Das ist wieder ein ganz anderer Weg, ne? Na? Erledigt! Jetzt! Fall runter! Mann, bitte! Kommt! Ja! Hau, ab da! Da sind wir voll anpräsentiert, der Leroy. Ja, Gott sei Dank! Wo müssen wir jetzt hin? Was ist jetzt? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Er kommt zurück! Er hat das händere Schwung ablockiert. Wir stehen fest! Eine Sohnesauerei! Komm! Und? Wo ist er unter? Was heißt das jetzt für uns? Fuck! Wie kommen wir dahin? Was heißt das jetzt für uns? Komm! Maki best... BITTE! Ich halt das ja nicht nur... Ah! Scheiße! Ja, das gibt's ja nicht! Keine Mundwurst! Da muss irgendwo Munition herum... Das kann doch nicht sein, Leute! Da liegt's! Eine muss reichen! Maki, du hast nur einen Schuss! Du hast nur einen Schuss! Und? Den versau ich ja nicht! Ja! Was? Das gibt es ja doch nicht! Das ist unsere Chance! Schieß auf den Schwanz! Jaha! Von da? Maki! Wir kriegen's wieder was ab! Wir müssen da weg! Nein! Schuss! Oh, wobei ist das schon wieder sein händler! Oh, wobei ist das schon wieder sein händler! Schuss! Schuss! Das... Hau ab! Das war's für heute. Schilder bei 30%! Na, pass sie, es gibt doch eine Ruhe. Schaut euch das an. Schilde runter auf 15%! Gleich hat er sich durchgeschnitten. Wir schaffen es nicht! Schilde bei 10%! Das gibt es doch nicht, Leute! Schilde bei 2%! Oh mein Gott, wir werden sterben! Wir haben kein Wasp mehr! Verteidigungsschwab ist tot! Es ist vorbei! Was jetzt? Das kann es ja nicht gewesen sein, oder? Na klar! Na klar, Leute! Das kann es ja nicht gewesen sein! Wegen diesem einem Scheiß-Ding da! Ja, komm her, du... ...kastel! ...kastel! Halt auf, Leute, Leute! ...kastel! ...kastel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017